Ja, der Lehrauftrag im Rettungsdienst ist unheimlich wichtig, insbesondere wenn man Lehrrettungsassistent ist oder Praxisanleiter für Notfallsanitäter jetzt, aber damals war es noch der Lehrrettungsassistent und man hat Azubis gehabt, die möchten irgendwann auch selber mal Rettungsassistent werden, machen ihr Jahrespraktikum auf der Wache und so weiter, dann muss man natürlich auch bestimmte Dinge mit den Azubis durchkauen, durchnehmen und so weiter. Ja, bei uns war es damals tatsächlich so, dass unsere Anerkennungspraktikanten ein ernstes auf 24 Stunden Schichten bei uns mitgefahren sind. Bei dem Rettungsdienst, in dem ich tätig war, war es allerdings dann immer nur an den Wochenenden. Und an den Wochenenden war vergleichsweise zur Woche auch nicht ganz so viel los, weil in der Woche bei uns sind die Rettungswagen damals auch die Krankentransporte gefahren. Da gab es diesen klassischen KTW bei uns gar nicht, sondern der Rettungswagen hat die Notfallrettung bedient und hat halt eben auch Krankentransporte und sowas durchgeführt. Das war natürlich in der Woche immer ein bisschen mehr als am Wochenende. Und insofern, wenn man am Wochenende einen Azubi mit dabei hatte, war es nicht ganz so einfach, den immer zu beschäftigen. Nun muss man dazu sagen, auf der Wache, auf der ich zu der Zeit tätig gewesen bin, waren zwei Rettungswagen stationiert und ein NEF. Das NEF hast du in der Regel eigentlich nie gesehen. Die sind ausgerückt, weil wir nicht so viele Notarztstandorte hatten bei uns im Kreis. Insofern waren die in der Regel den ganzen Tag immer unterwegs. Aber die RDW-Besatzungen, die waren häufiger an der Wache und dann hast du halt eben nicht ganz so viel zu tun. Das war auch an diesem Tag so. Hinzu kam auch noch, dass wir das sogenannte Sommerloch hatten. Das heißt, im Sommer ist sowieso weniger los. Die Leute haben irgendwie alle keine Zeit, krank zu werden, weil sie müssen ja das schöne Wetter genießen. Also krank werden sie in der Regel immer dann, wenn es regnet, schlechtes Wetter ist oder im Winter. Aber im Sommer, nee, nee. Oder da werden sie dann nachts krank. Also tagsüber hat man keine Zeit dafür, weil das Wetter zu schön ist. So und nun muss ich dazu sagen, es waren zwei Lehrrettungsassistenten an diesem Tag am Start. Einmal ein Kollege, der auf dem anderen Rettungswagen eingesetzt war. Und auf dem Rettungswagen, auf dem ich saß, war ich als Lehrrettungsassistent. Und wir hatten an diesem Tag tatsächlich beide unsere Jahrespraktikanten dabei. Zumindest zwei von unseren Jahrespraktikanten dabei. Also waren wir zu sechst auf der Wache. Das NEF zähle ich jetzt einfach mal nicht mit. Wie schon gesagt, war sowieso immer unterwegs. Und dieser Tag war recht ruhig entspannt. Es war nicht viel los. Wir haben dann irgendwann mal so ein paar Fallbeispiele gemacht, auch praktische Fallbeispiele auf der Wache mit unseren Jahrespraktikanten. Einer der Kollegen war Mime und die beiden Jahrespraktikanten durften dann mal an dem Kollegen so ein bisschen rumdoktoren und machen und tun. Dann hat man mal in die Bücher reingeguckt und so. Und irgendwann ist auch der Moment, wo du selber auch als Ausbilder einfach keinen Bock mehr hast und einfach die Ruhe genießt, weil du denkst, oh, ein geiler Tag, nichts zu tun. Und dann hast du deinen Azubi auch noch an der Arschbacke. So, was ist das? Wie ist das? Und hier muss ich noch für lernen und das brauche ich noch. Klar, ist ja auch Aufgabe des Lehrrettungsassistenten mit dem Azubi auch mal was durchzugehen. Alles in Ordnung. Aber man versucht dann natürlich auch irgendwann mal Beschäftigung für die Azubis zu finden oder Beschäftigung rauszuhauen, dass die halt sich mal alleine beschäftigen und man selber halt eben auch mal ganz wichtige Dinge machen kann. So wie Füße hochlegen oder einfach mal das Fernsehprogramm überprüfen, ob da alles läuft und so weiter. So und dann sind die erstmal beschäftigt und machen und tun. So den Tag über haben wir relativ gut gestreckt, ab und zu mal in die Bücher reingeguckt. Es gab hin und wieder dann auch mal einen Einsatz, mal für den einen RTW, dann für den anderen RTW. Aber es war eh in Grenzen. Also wir hatten drei Einsätze an diesem Tag und das in 24 Stunden ist natürlich relativ wenig. Dann ging es irgendwann zum Abend hin und die Azubis fing schon wieder an. So was ist dies? Was ist das? Wie läuft dies? Wie mache ich das? Und was ist eigentlich, wenn ich dies und das machen soll? Und wir waren schon echt ein bisschen genervt, muss man sagen. So oh Mann, muss das jetzt sein? Und dann auch noch am Wochenende und so. Ja doch und das ist wichtig und außerdem ist mir so langweilig. Ach, dir ist langweilig? Und wenn der Azubi sagt, ihm ist langweilig. Da ist es im Rettungsdienst genauso wie im Handwerk oder sonst wo auch. Wenn ein Azubi sagt, ihm ist langweilig, dann weiß er sich nicht richtig zu beschäftigen. Also muss man ihn beschäftigen. Und dadurch, dass beide Azubis ein bisschen auf diesen Nervfaktor aufgedrückt haben, wir wollen jetzt hier mal was machen und wir haben hier, ne, und gib mal Gas und, ne, wir wollen jetzt mal hier voller Laden und so weiter und Hummeln im Mors und so. Und du denkst, oh Mann. Naja gut, passt auf, Leute. Wir machen Folgendes. Ihr müsst natürlich nicht nur die große Notfallmedizin machen können, also literweise Blutspritz und Knochen knacken und hast du nicht gesehen? Ja und tausendmal reanimieren am Tag? Nein. Man muss auch mal andere Sachen machen wie Handschuhe an oder wenn man ein bisschen geputzt, ja, okay. Dann hast du die Aufgabe bekommen, die Erdivis zu desinfizieren. Wir hatten dann schon mal eine Stunde Ruhe, die haben sich wirklich Mühe gegeben mit Schubladen ausräumen und hast du nicht gesehen und wieder einräumen und so weiter und so fort. Die Karre hat geglitzert und hättest du fressen können, darin hättest du operieren können. Es wäre keiner an der Infektion irgendwie kaputt gegangen oder sonstiges, ja. Also die Kisten waren richtig, richtig gut sauber. Und dann ist das so gewesen, dass die natürlich irgendwann wieder ankamen. Der Abend, der ging immer weiter, der ist immer weiter vorangeschritten. Es lief was Tolles im Fernsehen. Wir saßen da oben mit Füßen hoch im Fernsehraum. Und nun muss man dazu sagen, unsere Wache war so aufgebaut und standen natürlich die Einsatzfahrzeuge in den Remisen, das ist ganz klar. Daüber waren die Wachräumlichkeiten und dann gab es noch ein Treppenhaus. Da oben ging es dann zu den Ruhräumen, wo man gepennt hat. So, das heißt, wir hatten insgesamt drei Treppenhäuser. So, und das Letzte natürlich bis unten zur Fahrzeughalle. So, und irgendwann haben wir dann gesagt, weil wir so genervt waren, so, und jetzt postier die Wache. Und die natürlich, die Azubis, natürlich völlig, man, so ein Hals, so eine Krawatte, keinen Bock drauf. So, Scheiß, wollt ihr Medizin machen? Nein, jetzt wird hier keine Medizin mehr gemacht. Jetzt ist mal langsam Piano hier, ne? Ganz Suche. Der Tag, ne? Der neigt sich dem Ende. Außerdem haben wir ja noch die Nackt vor uns. Wer weiß, was da noch ist. Vielleicht kannst du da ja die große Medizin machen, wenn da ein Notfall ist. Wir erinnern uns. Ne? Sommerloch und so weiter. Es ist warm und so weiter und so fort. Nachts werden die Leute dann mal krank, wenn die Sonne halt eben nicht scheint. Naja, gut. Okay, dieses Argument hat er noch gefruchtet und sie fingen dann an, da die Wache zu potzen. Mit Wischen und Machen hast du nicht gesehen. So, und irgendwann, 22, 22.30 Uhr. Jetzt geht's aber mal ab ins Bett, ne? Mal gucken. Vielleicht wird die Nacht ja wirklich ein bisschen ätzend. Also schon mal ein bisschen Augen zu, Augenpflege, ne? Und die Augenlider nochmal von innen überprüfen, ob da irgendwo Fehler sind oder Löcher oder so. Naja, man kennt es. So, wir dann auf jeden Fall ab in die Haier. Die beiden immer noch am Wienern gewesen, waren noch nicht ganz fertig. Wollten sie auch ganz gewissenhaft machen. Haben sie auch. Und waren dann da am Wischen Machen und Tun. Und nun ist es so gewesen, dass die Ruheräume, da wo die Betten drinnen standen, die waren halt eben nebeneinander. Das heißt, man hat natürlich auch gehört, wenn der andere RTW alarmiert wird. Der andere RTW stand vorne, ne? First-in-First-out-System. Und insofern konnten mein Kollege und ich uns schon mal gemütlich hinlegen. Praktikant hatte sein eigenes Zimmer. Wir wussten nicht, ob er da jetzt schon liegt und pennt oder nicht. So, aber gut, ne? Man sagt sich ja nun auch nicht immer gute Nacht und so. Es sei denn, man läuft sich gerade über den Weg, wenn man ins Bett geht, weil man sieht sich ja eh wieder. Spätestens zum Feierabend hin am nächsten Morgen. So, und dann fielen auf jeden Fall ab in die Koje. Und irgendwann, denn so mitten in der Nacht, hörten wir schon den Meldern von dem anderen Erde, wie die neben uns lagen. Und dann sind die natürlich losgestiefelt und so. Und dann, oh mein Gott, jetzt stehen wir vorne, jetzt haben die einen Einsatz. Und es hat nicht lang gedauert. Das waren vielleicht drei, vier, fünf Minuten. Also es war nicht lang. Da ging denn unser Melder und dann, oh Gott, was ist denn nun los? Zwei RTWs sind erforderlich. Wer weiß, Verkehrsunfall. Keine Ahnung, irgendwas. Und unser Alarmfax war auf der Etage, wo quasi das von den Ruheräumen ein Stück runter die Treppe. Und dann ging das quasi, da waren ja die Aufenthaltsräume. Also nicht ganz unten, da waren die Aufenthaltsräume. Und auf dem Weg, da war das Faxgerät. Sodass, wenn man am Tag oben in den Aufenthaltsräumen ist, geht man da hin und holt sich den Zettel raus. Und wenn man nachts oben in der Koje liegt, geht man halt eben so eine Zwischentreppe runter, nimmt sich den Zettel, geht in das andere Treppenhaus und geht dann runter zur Fahrzeugrevise. So, wie er völlig schlaftrunken so, ne? Gerade noch in der Einstabphase gewesen, mein Kollege und ich so, zum Fax. Ich nehme mir das Fax, gucke rauf und denke, hä? Was ist das denn? Vorsicht Treppe! Also da stand der Alarmierungstext zu dem Einsatzort, zu dem wir hin sollten. Und dann stand da auch ganz unten bereits alarmierte Einsatzkräfte. Und da war unser erster RTW. Und das war ein internistischer Notfall. Da war ich gedacht, was ist denn nun los? Wieso werden zwei RTWs zu einer Einsatzadresse alarmiert? Und warum? Was mit Vorsicht Treppe? Groß geschrieben, Ausrufezeichen ganz viel. Und dann, was für eine Treppe? Mein Patient, eine Treppe, Vorsicht, oder? Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Wir haben uns den Zettel genommen, Treppe runter. Ungefähr zur Hälfte auf dem Weg nach unten Richtung Fahrzeugrevise. Mein Kollege kreilte sich schon vor uns Treppengeländer, die Füße weggerutscht. Ich dachte, völlig am Schwimmen, wie auf so einer Eisbahn war das. Und unten am Fuß der Treppe liegen Knäuel von Kollegen von dem anderen RTW. Deren Praktikant war nicht dabei. Der war oben auf Höhe der Aufenthaltsräume. Immer rum, auch immer. Aber die beiden Kollegen, die dann an der RTW besetzt haben, die kurz vorher alarmiert worden waren, die lagen unten am Fuß der Treppe, völlig verknotet in der Lande. Ah, das tut so will. Und der eine von denen hat noch ein Handy in der Hand. Und wir hatten am Schwimmen fast die Treppe runtergefallen. Oh Gott, was ist denn hier los? Und das trotz Einsatzstiefel wird er ganz vorsichtig runter. Mein Kollege nimmt sein Handy, ruft an in der Leitstelle und sagt, unsere Kollegen liegen hier unten an der Treppe. Na, die auf sich verletzt ist die Treppe runtergefallen. Wir können nicht ausrücken, wir müssen uns um unsere Kollegen kümmern. Und dann sagt der Disponent aus der Leitstelle, nein, ihr habt doch geschrieben, Vorsicht Treppe, wer fährt denn jetzt zu den Patienten? So, Ende vom Lied war, wir sind erstmal runter. Haben natürlich erstmal an unsere Kollegen geguckt, die haben sich Gott sei Dank nicht großartig verletzt, so ein paar blaue Flecke, Palmetome gehabt. Aber ansonsten war da nichts weiter. Bei der RTW ist Status 6 nicht einsatzbereitester gewesen, weil wir uns ja um unsere Kollegen gekümmert haben. Und der andere RTW, der ja auch zu diesem Einsatzort hin alarmiert worden ist, ist ja nicht ausgerückt, weil genau das ja nun passiert ist und die die Treppe darunter gefallen sind. Ja, was soll denn jetzt eigentlich passieren? Ist eigentlich ganz einfach. Unsere beiden Praktikanten haben ja nun die Wache gepotzt. Das heißt, sie haben natürlich auch gewischt. Und dadurch, dass sie sowieso so wissbegierig waren, ja, und immer nur gefragt haben und immer schon genervt haben hier mit großer Medizin und so weiter, wollten sie dann nicht fragen, mit welchem Mittel sie den Fußboden putzen sollten. Das haben sie nämlich vorher noch nie gemacht bei niemand anderem. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, auch bitte mit Fußboden wischen. Also sind sie auf die Idee gekommen, haben sie einen Wischhalber genommen, eine halbe Tube oder so eine halbe Packung Spüli da reingemacht. Das Ganze ist schön aufgeschollt und damit haben sie den Treppenaufgang gewischt. Und deswegen war das ja wie Schmierseife, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wie Eis. Und als die Kollegen dann nachts zum Einsatz raus alarmiert worden sind, sind die natürlich die Treppe runtergelaufen, so wie man es immer macht. Ja, man soll auf der Treppe nicht laufen, aber eigentlich macht es jeder. Ja, es kommt auch immer auf die Alarmierung an. Und die sind ein bisschen schneller da runter, hintereinander, dicht aneinander. Und dann ist der Hintermann als erstes ausgerutscht, hat dem Vordermann die Beine weggehauen auf der Treppe. Und beide sind sie so die Treppe dann runtergepurzelt. Und einer der Kollegen hat den Redding genommen. Oh, wir können nicht ausrücken, wir haben hier auf einmal einen Unfall gehabt. Mehr hat er auch gar nicht erzählt. Und dann hat er gesagt, dass sie auf der Treppe ausgerutscht sind. Deswegen hat der Disponent uns zu dem Einsatz hin alarmiert. Mit dem Zusatz Vorsicht Treppe. Er hat aber raufschreiben müssen Vorsicht Treppe an der Wache ist glatt oder sowas. Das hat er natürlich nicht da reingeschrieben, sondern nur Vorsicht Treppe, womit keine Sau was anfangen konnte. So, und wir sind auch fast die Treppe runtergepurzelt. Somit waren zwei Rettungswagen erstmal kurzzeitig geblockt. Es muss dem Rettungswagen einer anderen Wache zu den Patienten hinfahren. Ja, und Ende vom Lied war, wir haben natürlich unseren Praktikanten erstmal Nachhilfe gegeben. Nämlich nicht, wie lege ich eine Thorax-Drainage oder wie mache ich am besten eine Koniotomie oder sowas. Nee, sondern wie mache ich ein Wisch einmal fertig und wisch den Fußboden, ohne dass das irgendwie lebensgefährlich für andere wird. Meine Güte nochmal. Habt ihr sowas oder sowas ähnliches auch schon erlebt? Schreibt es unten in die Kommentare und über ein Gefällt-mir-Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und wenn ihr weitere solche Videos sehen möchtet, würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr über weitere Videos rechtzeitig genug benachrichtigt werdet. WDR 2021